der kopfstand mit gekrümmten beinen moritz zeigt wie es geht zunächst kommst du ganz normal wie immer in den kopfstand ellbogen abgemessen hände gefaltet hände etwas offen scheitel auf den boden mit den beinen ausgestreckt die zehen zu den ellbogen die knie beugen die füße nach oben rücken aufrichten und dann die beine nach oben padavakra kapaljasana gibt es in mehreren varianten zunächst mal die statische du gibst die den das eine bein nach vorne und beugst es und gibt das andere bein auch nach hinten und auch leicht gebeugt das kannst du eine paar atemzüge schlangen statisch halten und dann die stellung wechseln die nächste variation ist du machst das ganze dynamisch also einatmen nach vorne und aus abend zurück also die beinstellung wechseln swami yogeshwaranant sarasvati vom yoga niketan ashram der das beschreibt im first steps to higher yoga empfiehlt sogar schnell zu machen so 1 2 1 2 1 2 und dann die kann man auch die beine vor und zurück schleudern also nicht so ganz stark gekrümmt sondern einfach vor und zurück und einfach mit ein bisschen schwung hin und her und die zweite variante von padavakra kapaljasana ist die beine zeitlich schleudern also drehend also einatmen zur einen seite ausatmen zur anderen seite und das ruhig mit etwas schwung gut das ist also padavakra kapaljasana in drei verschiedenen variationen dieses padavakra kapaljasana hilft insbesondere dem gleichgewicht und der inneren ruhe letztlich auch sein gleichgewicht halten selbst wenn die umgebung in bewegung kommt natürlich anstrengender und schwieriger als der normale kopfstand aber es ist eine gute übung vergleichgewicht nach einer weile kannst du dann auch aus der stellung kommen und zur stellung des kindes kommen padar heißt übrigens fuß oder bein vakra heißt krumm und kapalli heißt durch schädel charakterisiert also die schädliche asana stellung also kapaljasana ist ja eine variante ist eigentlich eine andere bezeichnung für kopfstand und es gäbe auch vakra kapaljasana wo du einfach nur die wirbelsäule schräg nehmen also drehst und padavakra heißt gekrümmte beine und das kann sich darauf beziehen dass die knie und hüften gebeugt sind oder dass die beine seitlich hin und her gehen mehr informationen über verschiedene variationen des kopfstandes findest du auf wiki.yoga-vidya.de stichwort kopfstand shirshasana oder kapaljasana oder eben padavakra kapaljasana schauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschauhschau